Was ist denn mit den Ohren los? Warum bin ich laut? Ne, so geht das nicht. Ne, 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 ne. Ruhe, attention, gut. Schluss, aus, so. Kurz Ruhe, ja, gut. Also. Wir schüttern doch jetzt noch. Komm, um zu leisen doch. So, mal kurz Ruhe, kurz Ruhe. Ja, kurz Ruhe, kurz Ruhe, ganz wichtig. Ja. Ja, scht. Ah, da hinten die, Mensch, die sind nicht gut anzohlen. Da geht's schon nach hinten, die Hinnabängler. Ne, und dann labern sie, bis der Arzt kommt. So, Ruhe bitte da hinten. Scht. So, ja, so schön, so schön. So, also. Heute Abend, ja. Heute oben brauchen wir Extension. Äh, ne, Ekstase, so heißt der. Extension. Extension brauche ich auch mal, alles. Extensions. Wir brauchen heute Abend Ekstase. Weil, heute Abend, ne, haben wir so unfassbar coole Gäste, ja. Uns hat's halt wieder aus den Socken gehauen, ja. Fünf Stunden haben wir geprobt, drei, vier, fünf Stunden geprobt. Sensationell. Und mein Kind ist immer noch nicht, aber es wird geil. Ja. So, also, wenn ich sagen Hallo Mahlzeit ausflippe, ne. Weil die hören das jetzt da vorne, ne. Die waren noch nie hier in der Mahlzeit. Die wissen eigentlich gar nicht, was los ist, ne. So nach uns gesagt, ne. Die flippen gleich aus, wenn die Eis ziehen. So. Also, nochmal. Hallo Mahlzeit, seid ihr gut drauf? Sicher, das ist ein ganz anderes Ding, ganz anderes Ding, ne. Wie beim Johannes Oerding, ne. So. Machen wir jetzt mal noch Hand Johannes Oerding, Gedächtnis, ne. Ihr kennt jetzt mal näherweich die Hand rechts, links, vorne und hinten. Das machen wir ja. Waren euch mal bekannt. Komm, waren euch mal kurz bekannt. Ja. Ja. Ja, da. Geile Schuhe hat's ja an, oder? Obwohl, die Flip-Flops hätte's halt oben da gemacht, ne. So, Hannah, Hannah ist bekannt gemacht. Alles klar. Peter? Peter, wo bin ich denn, Peter? Warte, drumherum die Girls, alles klar? Ja, okay, alles klar. Gut. So. Jetzt, äh, haben wir das schon mal abgefrühstückt. Also. Heute Abend leider schon das letzte Mal vor der langen Sommerpause. Oh. Ja. Ja. Boah, das ist ja, das ist ein bisschen traurig. So viel, das ist traurig. Aber wir sind am 14. September wieder da. Ah. Bis dorthin mach ich gar nix. Gar nix mach ich. Ich war so krank. Man sieht's mir ja immer noch an, ne. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Ich war drei Wochen lang krank. Konnte Motorradfahrer, geht Golfspieler, geht gar nix. Nix. Alles scheiße. Oh, ja genau. Wir sind Wittler. Wichtig. Ja. So, aber jetzt sind wir am Start. Wir stehen im Saft heute Abend. Wir freuen uns sehr. Und heute Abend für euch an den Keyboard. Sie ist das Herzstück. Und heute ist die Oma doch. Wo ist die Üben? Wo ist sie? Da ist sie. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Komm schon hoch. Komm schon hoch. Oh. Oh. Ohne die Bierflasche. Komm mal her. Die Bierflasche nicht. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Die Bierflasche. Das hier ist Karina, ihr Oma. Wie alt bist du jetzt? Wie alt bist du jetzt? Wie alt bist du jetzt? Doch. Komm das auch mal. Ne. Wir sind ja auch noch uns. 100. Ich bin schon 100. Hey. Komm jetzt raus mit dem Scheiß. So, ey was heißt das hat er geil. Die sind immer so geil, die kommt immer hierher und sagt, heute Abend komme ich das letzte Mal hierher. Das ist so schön, dass du da bist. Dafür kriegst du jetzt einen fetten Applaus. Das ist die Oma von der Karina. Komm, jetzt haben wir dich da. Helfen wir mal kurz. 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 Zu unserem Herzstück der Band. Ja, sie ist total, wie soll ich sagen, hot. Hot ist sie. Für euch heute aus Ambrücken an den Keyboards. Einen Riesenapplaus, aber sowas genieße ich. Für Miss Karina Pearls Applaus. Danke, danke. Macht mal. Aufmerksam. Bis dann. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hast du das mitbekommen mit deiner Ohren? So, die war auf der Bühne. Guck mal. Flasch Bier hatte ich schon in der Hand. Das liegt schon in der Familie mit dem Alkohol, ne? Was spürst du denn hier eigentlich? Oh, Wasser. Ah, ne, du hast Wein. Ja, so klar. Saufnaß. So. Ähm. Er hat wieder... Also wir haben heute so viel... Wir mussten so viel proben. Neue Stücke, keine Ahnung was. Er hat wieder sensationell alle Songs... Ach, so schön. Ah, so geil, ey. Ja, give me a call. Er hat wieder für uns die ganzen Sheets geschrieben. Ne? Da, überall. Guck mal da. Alles geschrieben. Wahnsinn. Einen riesen Applaus. Er kommt aus, äh, Ohmbach. Und spielt für uns seit neun Jahren den Bass. Eine Sensation. Einen riesen Applaus für Sven Sommer. Mr. Cool im Sel. Yeah. Ja. Cool. 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 Ey, Stefan, du bist kommen ein bisschen ober. Schon sprich des nächste Mauer raus, das ist ne. So, und jetzt äh an der Gitarre. Er is ah... Man kann's ann, jo man kann sagen er is's ach schon geil, ne. Geiler Typ. Ne… Er sieht wanna geil aus mit dem Hood. Eis Einen und... Hier. Für euch. An der Gitarre aus Gleitstull. Mr. Oliko A весlohn. 형er Aus islandstuhl. Yes! Oh, Mick hat er an. Oh, ah, ja, ja. Man sagt, der hatte Fliege an, bei uns sagt man im Saarland, der hatte Mick an. Mick, kennt ihr das? Ne, kennt ihr das nicht? Nordsaarland. Wir haben heute setzterne Gäste aus Idar-Oberstein, also die Hunsrücker sind Ado. Ja, da sind sie alle gerade. Oh, ich glaub ein paar Pelzer sind am Haus, oder? Ah, ne, da hinten, ja, da hinten am Stittich, ein Zwei. Ich bin schon auch aus der Palze. Echt? Ah, ihr zwei doch? Ja, drei. Geiler Scheiß, aus der Palze herkommen. Wie ging das? Schön, dass ihr da seid. So, zum ersten Mal ist er hier. Er hat mir gerade eben gesagt, er ist unter anderem auch Schauspieler. Schauspieler. Er schreibt gerade ein Musical für das Kapitol in Mannheim. Und er war 2012 bei Voice of Gemini und hätte das Ding fast gewonnen. Er hat einen Plattenvertrag bei Xavier Naido, ist jetzt gerade an der zweiten Platte dran. Zum ersten Mal hier in Saarbrücken in der Mahlzeit. Seine Eltern kommen aus Italien, aus Sizilien, Palermo. Und ein Riesenapplaus, aber sowas riesig, für Mr. Rino Galliano! Diesmal! Sieg in Mannheim! Wie geht's das? Bin Mannheim! Wer hat einen Corona-Bern? Acht habe ich mit den Klassen. Die Klassen, klassen, klassen! Die Klassen! Sieg in Mannheim! Das ist jetzt schon mal ein. Applaus Der Vino ist da, ich weiß ganz genau, ich habe nämlich eben ihn halbnackig gesehen, der Oppe. Okay, auf jeden Fall müsst ihr jetzt kommen, oder? Also, noch einen Applaus für Vino Galliano! Also, yes, alright! So, und ich sage es euch, heute ist jemand da, auf den ich mich so sehr gefreut habe, weil sie ist so busy, ja, sie hat überhaupt keine Zeit, und dank Reno, der hat sie angeschleift, ne, und wir sind so happy, dass sie heute Zeit hat. Wir kennen uns, äh, 15 years ago, ne, maybe, 15 years ago, or 20, whatever, wir haben uns in den Kaiserslautern der Kampengang kennengelernt, vor 20 Jahren, oder 15 Jahren, äh, ne, es waren 15 Jahre. Auf jeden Fall, sie hat eine eigene Platte draus, die gibt es auch zu verkaufen hier aus Köln, und das freut mich, und, unfassbar, ja, und sie, ein Riesenapplaus, aber sowas riesig, für Miss Ornita Boo! In the house! Lovely! So, Anita, what do you think about the grounds, the great grounds, huh? Yeah! The beautiful people! Wow! Woo! 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 Na-da! Woo! Woo! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Walking in the darlin', seeing love and Diffletty Bye-bye I'm going back outside Feel like making love To you Oh, oh Back inside Musik 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 Music Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 I need a boom!